Ich fülle das ja nicht ab, weil ich mit mir selber rede, sondern weil ich in der Übung vorentdeckt habe, dass auf den 8 Trigramm 5 Fische das Abducken und Auftauchen klären, indem man die Eskalation der Richtung zwischen Kreis und Linie in der freien Bewegung anzuwenden. Und da habe ich gedacht, wenn man die Zeichen jetzt so nacheinander liest und dann auch noch weiß, dass das dann nachgelesene davor war, dass man da auch irgendwie drauf kommt. Oh, das muss kein Einbildungsheim, weiß ich nicht. Ja, jetzt muss ich das. Ich hoffe, dass ich das nicht so mache. Sie, hong-dang-shun-chun-chai. A kung fu-shu. A mu-shin-yi. Mu-si-tau-shi-li. Ho-tong-yi-yi. An-hwa. Sie, yu-chuan-yi. Su-chi. Hai. Sie.